Hallo mein Lieben Freunde, was geht ab? Ich bin euer SleeveLP und ja, warum ist denn in der letzten Zeit eigentlich nichts gekommen auf diesem Kanal? Ja, schwierig gewesen, schon seitlich echt null Bock gehabt, so, das ist halt einfach so, weiß nicht, hatte ich echt gefühlt keine Lust mehr, so auf YouTube und so und auf Stream und so, aber ja, deswegen habe ich mal wieder gründlich darüber nachgedacht und habe dann doch entschieden, doch weiter YouTube zu machen, aber nicht auf diesem Kanal, nicht aufs Lieferempfee, sondern auf dem Römanö Kanal, Römanö auf YouTube mit Ö und Römanö auf Twitch, also mit OE, weil es gibt keine Ös auf Twitch, deswegen, ja, das soll jetzt einfach nur wirklich mal ein kurzes Video sein, wenn ein ausführliches Video kommt, auch ungefähr gleich auf, irgendwie kurz danach und ja, da will ich den anderen doch nochmal ein paar Ziele sagen, was zu meinen Zielen sind, Projekte und all sowas, aber das kommt dann und ja, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auf dem Römanö Kanal wiedersehen und auch auf Römanö auf Twitch, wenn ihr schon Sleeve-Rp gefolgt seid, dann seid ihr automatischer schon Follower, also hier habe ich jetzt keinen neuen Account erstellt, ich muss dann nur noch ein paar Sachen ändern und ja, wie gesagt, genau, ich verlinke auch den Kanal unten in der Infobeschreibung und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auf dem Römanö Kanal, also hallo rein und... ... ...